So, die allerletzte Folge hat jetzt gerade begonnen, also die ich heute aufnehmen werde. Also ich glaube, dann habe ich ein paar genug Folgen vorproduziert, damit ich euch dann noch und dass ich es mir für die anderen Projekte Zeit nehmen kann. Und sie bleibt jetzt hier unten, oder? Und sie bleibt jetzt hier unten. Und sie bleibt jetzt hier unten. Okay, jetzt ist sie doch mitgekommen. Oh Gott, ich habe vor allem, dass sie irgendwas von unten auftaucht und uns frisst, Leute. Können wir in Land, oder? Ich habe es doch gesagt! Nein, 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 ich will nicht im Boot sein! What the... Momo, Moment mal, das ist kein normaler Killer-Hai. Das ist eine Mutation! Bitte fließt uns nicht, bitte lass uns in Ruhe! Oh mein Gott, das sind ja noch mehr! Oh Gott, 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 nein, 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 nein! Bitte, 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 lass uns in Ruhe, bitte. Oh Gott! Ihr wollt uns sicher nichts tun, oder? Können wir hier bitte aussteigen? Ich will nicht mehr übers Wasser! Lass uns bitte in Ruhe! Wir haben euch gar nichts getan! Ey! Unterm Wasser könnte alles sein! Und ich habe so Schiss, dass jetzt irgendwas... Wieso wir hier... Wir könnten übers Eis laufen! Hallo, ihr Lieben, Killer-Walle! Oder im mutierten Killer-Walle! Nein, du musst dich gar nicht rumdrehen! Nein! Nee! Nee, nee, nee! Lässt du uns auch in Ruhe, Mann! Nee, nee, nee! Lässt du uns auch in Ruhe, Mann! Boah! Leute, 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 ich will nicht mehr! Vor allem dieses Scheiß-Boot! Kann man nicht steuern! Nee! Ich bin, die Leute! Ich bin, die Leute! Ja, ich bin, die Leute! Gut, wir sind endlich weg. Oder? Pesschen, ich rüber? Oh Gott. Ohne Witz, ne? Ich hab so Schiss beim Wasser. Oh, ne Schillkröte. Oh, kannst du nicht mehr aufstehen? Oh, die armen Schilldys. Oh, die armen Schilldys. Okay, eine Schillkröte ist schonmal wieder bei, ist eine Mutter. Oh, die armen Schilldys. Fehlt noch eine? Tja, natürlich. Wie ist die doch da oben gekommen? Keine Sorge, kleine Schilldys. Leute, ihr wisst gar nicht, wie sehr das Spiel süchtig macht, aber ich kann nicht so viele Folgen am Stück aufnehmen. Tut mir leid, Bruder, ich hab nicht so viel Kraft. Die Frau denkt sich sicher, oh mein Gott, Jungs. Aber die Jungs machen das richtig. Die Jungs helfen wenigstens. Wo ist die Frau überhaupt? Was? Ach, da ist die Frau. Sorry, Frau, wir mussten noch kurz die Schillkröten retten. Otta. Atu. Atu. Äh, wo ist die Frau? Ne. Ne, ne. Ich hab keinen Bock mehr zu klettern. Na gut. Die Frau wartet doch gar nicht auf uns und sie hat einfach die Schillkröten ignoriert. Ich hab keinen Bock mehr zu klettern. Ich hab keinen Bock mehr zu klettern. Ach, da. Hm. Oh, was? Ja. Da. Ja, okay, schön, dass sie da sind. Die sind eingefroren. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich weiß es. Hatta, komm du doch mal her, Junge. Okay, zack, zack. Das Spiel hat mir ja schon mal schon. Äh, vorher schon. Aber das machen wir in der nächsten Folge, wenn ich das nächste Mal aufnehme. So, ich hoffe euch hat, wenn die Folge gefallen, wenn ja, gebt doch einen Daumen nach oben, komm hier. Oder Privatnachricht. Ich hab, hab doch einen schönen Tag und ciao. Ciao.